Netflix-Serie The Night Agent, zweite schon in Planung. Fans von The Night Agent können sich freuen, nachdem die Action-Thriller-Serie bei Netflix ein immenser Erfolg war. Wurde jetzt die zweite Staffel bestellt. Es werden insgesamt zehn neue Episoden produziert. Nach nur wenigen Tagen erwies sich die Entscheidung von Netflix als richtig, normalerweise würde der Streaming-Dienst 28 Tage warten. Bevor er beurteilt, ob eine Serie ein Erfolg ist. Die Serie The Night Agent ging am 23. März an den Start und innerhalb der ersten Tage kamen 168,7 Millionen Stunden Zuschauerzeit zusammen. Auf den Netflix-Charts landete die Serie in 93 Ländern in den Top 10. Schon Ryan, 56, Produzent und kreativer Kopf hinter The Night Agent, zeigt sich begeistert, es ist eine große Freude, die unglaubliche Reaktion auf die Show zu sehen. Wir könnten nicht stolzer sein und freuen uns, in Staffel 2 die neuen Action-Abenteuer mit unseren neuen Fans zu teilen. Anführungszeichen FBI Agent Peter Söderland, gespielt von Gabriel Basso, der im Weißen Haus arbeitet, bekommt eines Tages einen Anruf, der ihn in eine gefährliche Verschwörung hineinzieht, die Grundlage für die Serie bildet der gleichnamige Roman von Matthew Quirk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.